Scannen nach irgendeiner Verbindung mit der Robita, was dann? Ich muss da schnell was im Monat. Ich hab noch schnell was im Monat. Hallo Geist. Was muss ich tun Geist? Reden mit mir Geist. Nee, passt eh. Ich mein, es ist... Es ist doch eh sehr linear. Hab die da. Zugangsschlüssel? Dagegen ist ja sogar das kompliziert. Oh, das war wohl eine Ausfallsicherung. Ja, komm zu Daddy. Komm zu Daddy. Das war definitiv eine Ausfallsicherung. Okay. Okay. Genau, das war meine Ausfallsicherung. Weißt du. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Sie Straße wurde unter Amen. Ich versuche den Boden. Wenn dir das alles найдet, als ich aus. Du kannst du die Betriebe hinterlassen. Ich bin nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Ich versuche den Boden. Du kannst mich fiersicht. Du kannst mich nicht mehr. , aber einfach nicht. Das war's. Der Sparrow ist bereit. Gehen wir weiter zum Tor. Der Sparrow ist bereit. Gehen wir weiter. Da hast du immer das Ladebildschirm. Weiter vorne sollte ein Außenposten sein. Ich kann in Ihrem System nachsehen, was es dort über das Tor geht. Suche etwas, auf das ich zugreifen kann. Oh, mein... Mein Dings ist kaputt. Okay, wir brauchen einen Zugangsschlüssel. Finde heraus, wer das Sagen hat und hol dir den Schlüssel. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt bleibt doch stehen. Das ist lästig. Wo müssen wir denn hin? Da oben. Oh, Moment mal. Ich hör dich grad gar nicht hin. Jetzt. Sorry. Ich hab dich aus Versehen ein bisschen leise geschalten. Ja, Moment. Hier ist irgendwas, wo mich anballert. Jetzt muss ich schnell meine Waffe upgraden, weil da hab ich was bekommen. In Kiel letzten Projekte verringert die Nachladezeit. Ja, perfekt. Die Kabale sind ins Wahrnehmungsgitter der Wechs eingedrungen. Da sind ganz schön viele. Aber ich glaube, die wissen auch nicht, was das Tor ist. Aber wenn wir das Auge des Torlords erwecken und in den schwarzen Garten rollen, müssen wir wohl an den Kabalen vorbei. Das war's für heute. Oh, okay. Oh, okay. Oh, wäre noch ein Enagram gewesen. Ja, ja, hab ich schon gemerkt. Aber die Handfeuerwaffe, die hat ziemlich geilen Style. Ja, ja, ja. Ich teste alles. Ich teste alles. Ich teste alles. Mahlzeit. 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 Oh, meinst du dir das Team. Oh, okay. Ok. Oh, okay. Oh, okay. Wir können, ja. Oh, okay. So, ich sagte, ich muss auf den Mond, dann gehen wir da hin, äh auf den Turm. Was musst du wieder zahlen? Was musst du wieder zahlen? Wieso hast denn du immer einen Ladebildschirm? Hast du eine normale Playstation? Du hast die PS Pro, aber warum musst du laden und bei mir ladet es nie? Ist mir bis jetzt noch nie passiert. Nein, ich will das nicht, ich zahl doch nicht so viel Geld dafür, dass es dann ladet. Nicht wirklich, oder? So krass, ich lade jetzt, ey. Boah, das ist ja krass, krass. Was will denn die von mir? Die hat einen Auftrag für mich, die Warlock-Tante. Das hilft. Aufmachen, Blechbüchse, ich will den Weg frei haben. Du brauchst die Hilfe eines Titanenjäger. Ja. Ja. Hm? Ja. 23, 27, 6. Gut. Ja denn, ab in den Orbit. Beat. Bereite die Übertragung vor. Luna, direkt hinter dem Höllenschlund. Ja, jetzt geht es halt immer noch weiter auf dem Mars. Die Säule des Gartens, Story 16 Level. Soll ich? Ah mei. Wo ist es denn? Ne, Automatik-Gewehr meinst du? Aber Impulsgewehr ist auch dieses Dreischuss-Dreck, oder? Ne, ist es nicht. Okay, ich weiß wie wir das Auge des Warlords aufladen können. Level 17 ist der ist. Kann ich noch nicht. Die mit dem Tor zum Schwarzen Garten verbunden ist. Mit dieser Säule könnten wir das Auge aufladen. Allerdings sind die Kamale dort am stärksten. Also bist du auch bereit für einen Krieg. Gewehr gezockt. Und im PvP habe ich auch Impulsgewehr gezockt. Ja, das stimmt. Da wären wir. Kämpfen wir uns in die Kriegsbasis. 10 Euro. Ich habe es ja Second Hand gekauft. Ja, also mir macht es Spaß. Ich habe es schon mit ihm gefangen. Los geht's. Oh ja, grapple uns auf. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh, ich bin. Schrauben. Untertitelung des ZDF, 2020 ich höre sie ja mal auf jeden fall hier ist auf jeden fall mal ein geist aber ich höre noch was doch nicht doch ich höre irgendwas ich höre Oh, seltsame Münze. Ja, seltsame Münze. Ich muss die Säule finden. Gehen wir weiter. Ich scanne nach einem guten Übersichtspunkt. Super bereit. So, bist du auch schon da. Okay. 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 Dieser Beobachtungsturm da vorne. Von dort können wir die Säule sicher lokalisieren. Netzwerkschlüssel habe ich bekommen, ist das gut. Kann man den brauchen. Güter gefallen. Ja, ja. Hab dich schon gleich ein bisschen... Okay, hast ich selber revivet. Noch ein Enagram? Oh, schöner Helm. Einen schönen Helm haben wir da bekommen. Wir versuchen jetzt bei dem Terminal. Schon passiert. Doch, doch. Habe ich gemacht? Also geh rein, du verdammter Geist. Komm schon, wo ist sie? Ich hab's. Sie ist hinter einer weiteren Verteidigungslinie. Ja, wenn Sie nicht schon wussten, dass wir kommen, wissen Sie es jetzt. Wir kriegen Ärger. Jaja, da... Und wie sie alle hingeifern. Okay, da müssen wir wohl durch. Ich hab's. Jawohl. Jawohl. Das war potent. Moment. Oh, da... Puh. Gehen wir wieder zurück. Was ist denn das hier? Oh. Was ist denn das für ein Transporter? Ach Gott, ist das ein Klump. Oh. Ja. Oh. Oh, das war. Ja, genau. Lass mich mal schnell ins menu. Lass mich mal schnell ins menu. Oh, wo sind wir denn jetzt? Fühlt sich nach Falle an. Ja, ich geh halt gerne richtig rein da. Von rechts glaube ich. So, jetzt wird wohl der Hauptboss kommen, oder? Du weißt, was passiert, wenn ich Türen öffne. Ja, ich sehe dich. Ja. 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 Entschuldigung. Ja. 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 Gold. Soll ich es wirklich aufmachen? Ne Trax Malus, was auch immer das ist. Ein Scout Gewehr, was ist ein Scout Gewehr? Oh, das war ja die Brutale. Ah ok. Ok, Moment, ich muss wieder eine andere Waffe reinmachen. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Habe ich das jetzt wirklich getan, was ich... Scheiße. Ich habe meine Pistole zerlegt. Ja, das weiß ich. Ja, ja, das weiß ich. Ich weiß es jetzt. Ja, ja klar, aber die hat jetzt gerade so richtig schön Bums gehabt. Moment, ich habe es gleich. Also ne, hier ist ja die Hard Lock. Jupp. So. So. Ja. So. So. Was ist das? 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 Für geile Moves kriegt man glaube ich auch noch was, oder? Doch, doch RNGesus Wollen wir schnell ein bisschen upgraden Moment Moment Yes sir Ist ja gemacht So, jetzt haben wir ein bisschen scouten Du übernimmst die Kabale und ich das Auge Was ist das? Das ist der Plan Was ist das? Ich bin nochmal für eine Waffe Impulsgewehr, oder? Okay Okay Was ist das? 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 Ja Da habe ich glaube ich keinen Loot bekommen Ich bin schon da Also aufs Klo sozusagen Geschafft Das Auge ist geladen Los In den schwarzen Garten Beenden wir das Naja Nur 20 Kills weniger Passt schon Bin nicht unzufrieden Ninox Centaur Ninox Centaur Ninox Centaur Drei Mal Drei Mal Muss ich sagen Also drei am Tag Aber sie sind naturbelassen Also nicht homöopathisch Aber Der Gewebeentwässer Der Gewebeentwässer Der Turm Ansonsten ist hier Nur noch Rift Ansonsten ist nirgends mehr Was grünes Ja ich schicke Gehen wir mal dahin Ich gehe mal auf Pod Und bin gleich wieder da Ohne Headset Ohne Headset Ohne Headset Ohne Headset Untertitelung des ZDF, 2020 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 habe ich gehört, ja Drei Schuße über den Sniper, dafür 85er, Frostmuster, äh, also blauer Angriff Naja, nutzt ja nix, wir leveln sowieso immer alles und Fusionsgewehr zerlegen wir auch gerade direkt und das zerlegen wir auch noch direkt Ich könnte jetzt eigentlich wieder mal ein Geistupgrade vertragen Mir hängt ja beim rechten Bein so ein Rockzipfel runter, oder? So ein Banner, sage ich jetzt mal beim Charakter Ist das das Zeichen des Wächters, das ist das, ganz unten rechts, oder? Über dem Artefakte-Ding, oder? Ja, genau Danke, ja, hast mir sehr geholfen Ich habe es mir selber gefunden Ja Klar Hm Nachschubcodes Verbrauchsgegenstand ermöglicht ist deinem Geist Teleport-Netzwerke anzuzapfen um mehr Glimmer aus Kabale Glimmer aus Kabale-Feinden zu ziehen Hält 10 Minuten Also das ist ein Multiplier, sage ich jetzt mal Die kann ich denn, wenn ich sie will, einfach aktivieren Genau, für Kabale Gefallene habe ich und Vex-Feinde habe ich auch Und dann gibt es noch ein Geistherrschenpaket zum einmaligen Einsatz Füllt schwere Munition aus augenblicklich auf in der Kampfzone ist das Eine Blaupause hätte ich noch eine Mission Kvostov 7G-Bauplan Aber das ist Besessenen DLC Let's see Hmm Hmm Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab' hier nur einen gefunden. Das hast du gut gemacht, Hüter. Ja, genau das Richtige für dich. Ich hab' mir noch einen Geist gekauft bei dem jetzt. So, wo soll ich hin, hast du gesagt? Ich hab' mir noch einen Geist gekauft beim Turm, Toni da. Beim Weg, beim Sprecher. Der hatte noch einen Geist. Da bist du. Das bist du, ja. Ich komme. Ich followe. Ich hab' mir noch mal die Übersicht. Mal sehen, was die können. Da, ja. 10 von 50, juhu. So, mit Level 18 kann ich den, den quippen. Passt. Passt. Was ist das Haus der Wölfe? Das ist ja in Rift, oder? Das hast du gesagt, soll ich dann später machen, oder? Okay, dann machen wir jetzt immer weiter. Der schwarze Garten. Ist denen so langweilig? Das ist ja in Rift. Moment mal. Entschuldigung, ich war jetzt gerade abgelenkt. Wie bitte? Maß. Oh, Moment mal, da ist was Neues dazugekommen. Vorhut, Strike Playlist ist jetzt dazugekommen. Ich bin bereit, oh, da ist ja noch einiges zu tun. Level 20 Strike ist dann hier auch noch. Okay, dann gehen wir mal, Level 18 Story. Let's go. Moment mal, ich muss mal kurz das Mikro ausmachen. Ich denke, wir haben nur eine einzige Chance. Wenn wir es schaffen, retten wir den Reisenden. Wenn nicht, erobern die Wechs unsere Welt. Wie auch immer es ausgeht. Ich bereue nichts. So, hörst du mich? Okay, das Auge des Torlords ist geladen. Gehen wir zum Tor. So, hörst du mich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Wechs werden immer mehr. Sie werden alles tun, um uns vom Schwarzen Garten fernzuhalten. Die Wechs werden immer mehr. Oh oh Bin schon da.